Straight Buck Cable Curls. Je nachdem in welchem Winkelbereich du dir die Übung am schwersten machen möchtest, stellst du die Arretierung entweder höher oder tiefer ein. Schnapp dir die Stange, lehn dich etwas gegen das Gewicht und beuge deinen Ellbogen. Deine Arme sollten dabei in Verlängerung des Kabels sein bzw. der Oberarm stets in die Richtung zeigen, in die das Kabel verläuft.